Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute möchte ich euch ein nageneues Game vorstellen, was dieses Jahr die Shooter-Szene ein bisschen durcheinander rütteln möchte. Und bevor das irgendjemand denkt oder so, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich es euch vorstelle. Ich bin kein Premium-Partner, sondern ich bin eingeladen worden zum Playtest von Greyfair Warzone und werde euch das deswegen heute einmal zeigen können. Der Playtest wird in den nächsten vier Wochen stattfinden und ich gebe euch heute schon mal grundlegend alle Infos, die es dazu gibt. Aber wie gesagt, ich werde nicht bezahlt dafür, ich kriege kein Geld dafür. Das ist einfach nur, ich bin interessiert an dem Game, habe die Möglichkeit es vorab zu testen und euch heute ein bisschen mitzugeben, was das Game ungefähr ist. Und damit ihr einen ganz, ganz kurzen ersten Einblick habt, gebe ich euch 60 Sekunden den Trailer mit Atmosphäre, mit Sound und dann sprechen wir. 5 Sekunden für Touchdown, wir sind in der A.O. Get ready. 5 Sekunden für Touchdown, wir sind in der A.O. 5 Sekunden für Touchdown, wir sind in der A.O. Und laut Entwicklern, ich bin auf dem Discord von den Jungs, die sind sehr, 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 sehr kommunikativ, was ich wirklich ja schätze, von Activision kennen wir das ja anders, ist es so geplant, dass je nachdem wie jetzt der Playtest läuft und der Release dieses Jahr, dass im nächsten Jahr Konsole, sprich Xbox und Playstation rauskommt. Das haben schon viele von solchen Extraction-Based-Shootern mittlerweile gesagt und es wird in der Regel nicht umgesetzt und es hat verschiedenste Gründe. Lizenzen über Microsoft und Sony bekommen ist kompliziert. Gerade solche Games, die Maus- und Tastatureingabe als Grundvoraussetzung haben, sind super schwer auf einen Controller zu implementieren. Denn ihr habt einfach auf eurer Tastatur, wenn ihr euch das mal anguckt, eine ganz, ganz andere Anzahl an Tasten, als wenn ihr einem von denen, wartet, als wenn ihr halt eure Gaming-Controller nehmt. Wenn ihr das mal anguckt, ihr habt 4, 6, 10, 12, 13, nehmen wir Pellets dazu, 15 Eingabemöglichkeiten. Die Tastatur alleine hat über 30 Buchstaben, Zahlen und sonst was. Der ganze Shooter wird auf der Unreal Engine 5 zu finden sein. Was bedeutet, dass die PC-Anforderungen an eure PCs extrem hoch sein werden. Die minimalen Systemanforderungen aktuell liegen bei einer 2070 als Grafikkarte. Was bedeutet, wenn ihr wirklich flüssig mit guten FPS spielen wollt, werdet ihr gerade, weil die Engine halt sehr, sehr neu ist und sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr klare Bilder, sehr klares Audio und ein sehr, sehr immersives Gameplay bietet, natürlich, was eure Rigs angeht, ein bisschen nachlegen müssen. Anders als Escape from Tarkov, was mittlerweile mein Main-Game ist, wo ich seit letztem Februar über 2000 Spielstunden angesammelt habe, weil es unfassbar süchtig macht und ein unfassbares, skillbasiertes Game ist und Game-Knowledge vorhanden sein muss und mich einfach das gepackt hat und das PvP in Tarkov ist meiner Meinung nach das beste PvP, was ich jemals in einem Game bisher erlebt habe. Ist der Fokus bei Greyzone Warfare viel, viel mehr auf dem PvE, Lore und Story Teil ausgeweitet. Es wird, anders als in Tarkov, keine einzige Quest geben, die euch in die Bedrängnis setzt oder voraussetzt, dass ihr andere Spieler tötet. Es wird verschiedene Fraktionen geben und auf einer Karte, auf der Karte, werden zeitgleich drei Fraktionen mit A16 richtigen Spielern zu finden sein. Was bedeutet, ihr könnt auch maximal als Viererteam spielen, ihr könnt Solo spielen, es gibt keine zeitliche Begrenzung. In Tarkov ist es so, ihr startet ein Raid auf einer Karte, alle Spieler starten zur selben Zeit und je nachdem, welche Karte, welchen Raid ihr spielt, habt ihr eine gewisse Zahl an Minuten, die ihr maximal auf der Karte verbringen müsst, bis ihr an einem eurer Extract seid und raus könnt. Bei Warfare ist das anders. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr das wollt, unbegrenzt lange auf der Karte unterwegs sein, werdet aber, während ihr auf der Karte unterwegs seid, auf verschiedenste Sachen treffen, die natürlich dafür sorgen können, dass das, was ihr gelootet habt, Waffen, Munition, Items, Aufsätze, Heilung, Essen, Trinken und sonstiges, durchaus verlieren könnt, je nachdem, ob ihr auf eine der feindlichen Fraktionen trefft, ob ihr auf andere Spieler trefft, ob ihr verhungert, verdurstet oder sonstige Dinge geschehen, unter anderem eben auch NPCs, die als KI fungieren und mit euch entweder interagieren oder euch killen können. Das ganze Game wird auch ähnlich wie Tarkov und wenn ihr euch Tarkov nebenan legt und Warfare, seht ihr gewisse Ähnlichkeiten, was durchaus, ich glaube, auch gewollt ist, weil man sich natürlich an den Marktführer orientieren wird. Nichtsdestotrotz sieht Warfare auf den ersten Playtests, die ich bisher sehen durfte, nicht mal annähernd so aus wie Escape from Tarkov, sondern hat einen ganz eigenen Stil, eine ganz eigene Story dahinter und auch ganz eigene Ideen. Unter anderem wird es das höchstwahrscheinlich komplizierteste und zeitgleich detailreichste und einflussreichste und beste vielleicht Hilfsystem haben, was wir jemals gesehen haben. In Tarkov ist es so, euer Charakter hat verschiedene Hitze und das ist Thorax, Kopf, Bauch, Arme, Beine. In Warfare ist es so, dass ihr einen Körper habt und dieser Körper Blutverlust haben kann, sehr realistisch. Und wenn eine gewisse Menge an Blutverlust entstanden ist, sterbt ihr. Und die Heilungsanimationen, die ihr aus den einzelnen Trailern sehen könnt, zeigen einem sehr, sehr deutlich, dass da sehr komplex mit unter anderem Special Seals, Navy Seals, Special Forces und sonstigen Leuten gearbeitet wurde seitens der Gameentwickler, die richtige Kampfeinsätze im richtigen Leben hinter sich hatten und dementsprechend Infos, Einblick und Hintergrundwissen in die Gameentwicklung reingesteckt haben. Einer der Hauptaspekte, den es in Escape from Tarkov gibt, ist der Handel. Es gibt einen Flea Market. Diesen Flea Market könnt ihr, wenn ihr ein gewisses Level erreicht habt, nutzen, um Sachen, die ihr in einem Raid mit rausgenommen habt, für teures Geld an andere Spieler zu verkaufen. Diesen Flea Market soll es in Real auf der Karte, auf der ihr euch irgendwo im Südostpazifik befindet, auch geben. Wie genau das dann funktionieren soll, weil man ja natürlich dann nur maximal diese 48 Spieler als Handelspartner hat, oder ob das ein Markt ist, an dem man, ohne dass da Waffen erlaubt sind, hingehen kann, um Sachen zu trainen über andere Karten hinaus, wird sich noch zeigen, ist aber in so einem Game, wo der PvP-Aspekt gar nicht primär ist, sondern vielmehr die Story, die Lore dahinter, die Interaktion mit NPCs, mit Händlern, mit Bossen, mit Banditen und sonstigen, höchstwahrscheinlich mindestens genauso wichtig, wie es in Tarkov ist und wird genauso auch dafür sorgen, dass die Langzeitmotivation in dem Game da ist, denn zeitgleich wurde auch schon angekündigt, dass es ein Wipe-System gibt. In Tarkov ist es so, dass alle ca. 6 Monate euer Progress, eure Waffen, eure Ausrüstung, euer Stash auf Null gesetzt wird und ihr mit den Anfangsquests wieder anfangt. Jetzt am Donnerstag, den 22. Februar um 18 Uhr wird es ein Briefing geben mit Greyzone Warfare, an dem ich zwei Stunden teilnehmen werde. Dieses Briefing darf ich leider nicht streamen, sonst hätte ich es gerne gemacht, aber ich werde die Infos darüber bekommen, wann genau der Playtest stattfindet, wie ich an dem Playtest teilnehmen kann, was ich zeigen darf, welche Änderungen es seit dem letzten Playtest, den wir nur sehen, aber nicht spielen konnten, gab und weitere Infos, genauso wie Mara, das ist einer der Hauptentwickler, der darüber spricht, Rick ist der andere, mein Partner dort, sehr, sehr cooler Typ auf jeden Fall, was alles an neuen Dingen kommt, die wir euch als Zuschauern und vielleicht interessierten Leuten zeigen können. Ich werde für Warfare keinen Affiliate-Link oder sonst was bekommen, sondern es wird für jeden von euch, der es irgendwann spielen möchte, die Möglichkeit geben, ohne dass ihr irgendeinen Link benutzt oder sonst was, einen Creator-Code einzugeben. Ich bekomme für diesen Creator-Code gar nichts, das ist eine freiwillige Sache, ich habe gesagt, ich würde ihn gerne haben, einfach um zu tracken, wie viel aus der Community Interesse nachher haben, das Game zu kaufen. Ich bekomme aber, wie gesagt, keinen einzigen Cent. Ich kriege das Game umsonst, ich darf die Alpha spielen, die Pre-Alpha und den Playtest und ich darf vorab darüber berichten. Das ist der Deal, weil ich finde dieses Projekt cool und wollte da jetzt kein extra Geld dran verdienen. Deswegen sollte ich weitere Infos haben, sollte es die Möglichkeit zum Vorbestellen geben, zum Kaufen geben, zum Playtest anschauen, auf Twitch dann oder sonstiges, werde ich euch darüber natürlich informieren. Ich glaube nicht, dass Warfare in der Lage sein wird, meine Faszination, die ich für Escape from Tarkov mittlerweile aufgebaut habe, irgendwie zu reduzieren, aber man sollte auch solche Games vielleicht nicht jedes Mal als Konkurrenz sehen, sondern als Alternative oder zusätzliches Game. Gerade wenn größere Publisher und Entwickler, und da brauchen wir nur Activision nehmen, oder auch EA, DICE, sonst wen, ein im Stich lassen. Ich freue mich sehr auf den Playtest. Ich hoffe, dass es sich so spielt, wie es in den einzelnen Trailers und Gameplays und sonst was aussieht. Dann könnte es durchaus ein Game sein, was auch viele interessiert, die bei Tarkov eventuell noch ein bisschen Angst haben, weil es sehr PvP-lastig ist, aber Bock haben auf die Engine, auf die Lore dahinter und sonstiges. Wenn ihr Fragen habt, Leute, schickt das unten in die Kommentare rein und lasst sonst gerne ein Abo da, wenn ihr irgendwie noch neue Infos zu dem Game haben wollt. Es wird ja die nächsten Wochen bis zum Playtest mit Sicherheit nochmal neue Sachen geben, eventuell neues Footage, was ich euch zeigen kann. Und ich persönlich bin sehr gespannt, wie es aussieht und bin sehr gespannt, wie es sich anfühlt und werde euch 100% danach berichten.